Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand – Angebote für Messebau. Wir sind ein Familienunternehmen, 1991 gegründet von meinem Vater Walter Heitler. Ich bin nachgezogen als CEO im letzten Jahr und habe jetzt die Ehre, die Firma weiterzuführen. Wir sind 25 Mann, ein recht junges Team. Wir entwickeln hauptsächlich eben Software, Versandsoftware. Und neben der Versandsoftware auch sehr, sehr viele Produkte, die einfach im kompletten Logistikbereich benötigt werden. Mit Strichcodes haben wir hauptsächlich das zu tun, dass wir eine Versandsoftware für Multicarrier machen. Das heißt, wir haben heutzutage über 200 Frachtführermodule in unserem Heitler Versandsystem, dem HVS32, integriert und drucken da die Strichcodes entsprechend der Spezifikationen dieser Frachtführer auf die Labels aus. Was wir sonst noch machen, ist neben dem Multicarrier Dispatch System auch entsprechend die Volumenerfassung. Das heißt, wir machen neben Wareneingangsvolumenerfassung zum Generieren der Masterdaten auch Volumenerfassung im Warenausgang. Das heißt, Volumenerfassung, Länge, Breite, Höhe von einer Palette zu generieren oder eben auch von Packstücken. Da wir heutzutage natürlich im Luftfahrtbereich oder im Expressbereich Abmessungen einer Palette oder eines Packstückes brauchen.